Tim Peters offenbart Schlimmes, das war wirklich tragisch. Schlager-Star Tim Peters unter Schock. Der Songreiter und Produzent erlebte kürzlich etwas Schreckliches. Was ist passiert? Er ist eine absolute Größe am deutschen Schlagerhimmel, hat bereits mit Stars wie Helene Fischer, Matthias Rhein und Howard Carpendale zusammengearbeitet. Die Rede ist von Tim Peters. Doch der 34-Jährige musste vor einiger Zeit etwas Schlimmes erleben. Viele Schlager-Stars arbeiten gerne mit Tim Peters zusammen. Er gilt unter anderem als unkonventionell und sympathisch. Im Interview mit unserem Partnerportal Schlager.de offenbarte der Produzent jetzt aber Schreckliches. Schlager-Größe erlebte den absoluten Horror. In der Nachbarschaft des Songreiters wurde eine Leiche gefunden. Ein Nachbar hatte einen Toten nebenan, verriet Tim Peters. Das war wirklich tragisch. Es war ein älterer Herr. Dieser ältere Herr muss da wohl vier Wochen gelegen haben. Diesen Geruch konnten wir nicht einordnen, erklärt der Musiker. Er wurde daraufhin sturzig. Ein Kollege informierte die Polizei. Die fanden den verwesten Mann in der Wohnung. Dieses Erlebnis schockte den eigentlich sonst stets gut gelaunten Peters, der in seiner langen Karriere schon einige Erfolgserlebnisse feiern durfte. Tim Peters schrieb den Fischer-Erfolgs-Shit 0 auf 100 So schrieb er unter anderem für Helene Fischer den Mega-Hit 0 auf 100, hatte als Songreiter und Produzent großen Anteil an Ich bin so verliebt von Marie Reim oder war an Eloy de Jongs nochmal verrückt beteiligt. Doch auch echte Superstars bleiben von schrecklichen Ereignissen nicht verschont. Was Tim Peters später unter keinen Umständen erleben möchte, liest du bei unserem Partnerportal Schlager.de. Hier geht es zum Artikel. Ihr Grund erbt in der Schule. 2 Vielen Dank.